Ich bin ja durch meinen Job als Coach in vielen unterschiedlichen Unternehmen unterwegs und gerade in großen Konzernen fällt mir immer wieder auf, dass die Kommunikation nicht authentisch ist. Mitarbeiter und Führungskräfte verstecken sich hinter Konzernfloskeln, hinter Businessfloskeln. Warum ich nichts davon halte und wie du im Business-Kontext mehr Klartext sprechen kannst, darum geht es jetzt. Willkommen bei Der Job Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick, schön, dass du dabei bist. Ich bin ja ein Freund von Authentizität. Ich denke mal, du auch. Denn wenn wir unser Gegenüber als authentisch empfinden, als echt, dann haben wir einfach mehr Vertrauen. Und wenn wir einander vertrauen, dann gehen wir offener miteinander um und erreichen mehr und auch leichter in der Zusammenarbeit. Und gerade weil mir Authentizität so wichtig ist, fällt es mir extrem schnell auf, wenn jemand Floskeln benutzt und nicht sagt, was Sache ist. Da läuft es mir immer kalt den Rücken runter, weil ich denke, glaubst du dir eigentlich gerade selber, was du sagst? Ich meine so Floskeln, die schön klingen, aber eigentlich was Negatives meinen. Oder eine Floskel, die was beschönigt. Das ist eine Kommunikation, die vergiftet in meinen Augen die Beziehung. Ich gehe am besten mit dir mal ein paar Beispiele für Konzern- oder Business-Floskeln durch, die mir immer wieder in meiner Kommunikation mit Unternehmen in Mails oder persönlichen Gesprächen begegnen. Meine absolute Horror-Nerv-Floskel ist, das ist so nicht vorgesehen. Hast du auch schon mal eine Mail bekommen, wo das drinsteht? Das ist so nicht vorgesehen als Reaktion auf eine Bitte von dir oder einen Vorschlag, wie man etwas abwickeln könnte? Was soll das heißen? Das ist so nicht vorgesehen. Das kann doch entweder nur heißen, wir haben leider interne Regeln und deswegen können wir das nicht machen. Oder meistens heißt es doch eigentlich, ich bin nicht bereit, einen anderen Weg zu gehen als den, den ich immer gegangen bin. Also ich, der Absender. Und das ist für mich nicht ehrlich. Also ein, das ist so nicht vorgesehen, das schiebt als Entschuldigung eine höhere Macht vor, die mir nicht ermöglicht, dir entgegenzukommen. Und die Wahrheit, wie gesagt, ist doch, mir ist das zu aufwendig. Mir gefällt der Weg eigentlich nicht. Oder wir haben Vorschriften und deswegen möchte ich das nicht machen. Denn selbst wenn es Vorschriften gibt, die andere Wege vorschreiben, könnte ich ja überlegen, ob ich mit dem zuständigen Entscheider sprechen kann, um zu klären, ob man doch einen anderen Weg gehen kann. Also, wenn du das nächste Mal kurz davor bist zu schreiben, das ist so nicht vorgesehen, dann überleg mal, wie kannst du das so formulieren, dass es ehrlich und menschlich ist. Das ist übrigens für mich der Kern der ganzen Angelegenheit in dieser Folge. Warum muss im Business-Kontext so oft auf so einer Meta-Ebene gesprochen werden, als wären wir keine Menschen? Wir sind Menschen, auch auf der Arbeit. Und da kann ich doch dazu stehen, dass mir etwas zu kompliziert ist, dass ich eine Meinung habe und muss nicht alles auf irgendeine Übermacht schieben. Floskel Nummer zwei. Du kriegst eine Nachricht per Mail, wo beschrieben wird, was gerade alles nicht geht oder dass irgendwas schiefgegangen ist oder dass man dir nicht entgegenkommen kann. Und am Ende steht dann, danke für ihr Verständnis oder sie haben sicher Verständnis. Das ist eine Suggestion. Danke für ihr Verständnis setzt ja voraus, dass ich Verständnis habe. Und das ist eine Frechheit. Woher weiß denn der Absender, dass ich Verständnis dafür habe? Ehrlich wäre doch zu sagen, es tut mir leid, ich bitte um ihr Verständnis oder ich hoffe auf ihr Verständnis. Jetzt kannst du denken, das ist doch total kleinkariert, Matthias. Das macht doch keinen großen Unterschied, ob ich schreibe, danke für ihr Verständnis oder ich bitte um ihr Verständnis. Für mich macht es ein. Denn das eine ist eine Bitte und das andere ist ein sich drüber hinwegsetzen, dass der andere das vielleicht doch nicht so toll findet. Nächste Floskel. Irgendwas ist schlecht gelaufen, irgendwas gefällt dem anderen nicht und der sagt dann sowas wie, ja, das ist aber wirklich unschön. Unschön. Das ist so Zuckerguss darüber, dass man irgendwas doof findet. Die Wahrheit wäre doch, ich habe mich geärgert, dass es so gelaufen ist. Ich bin sauer, dass sie das und das gemacht haben. Nein, in Konzernsprache heißt das, das ist unschön. Und ich finde es unschön, dass man da nicht ehrlich ist. Denn nur so kommt man zu einer echten Auseinandersetzung. Ansonsten ist es eben obenrum Zuckerguss und unten drunter Brodels. Sei ehrlich. Emotionen im Job sind erlaubt, weil sie eh da sind. Sprich doch drüber, wenn dich was ärgert, wenn du was blöd findest. Und im Grunde sehe ich, dass nicht nur in der Sprache, im Konzern, in großen Firmen, dass Dinge versteckt werden und nicht offen angesprochen werden, sondern auch in der Kleidung. Da laufen Menschen rum in schicken Anzügen, in schicken Kostümchen mit tollen Frisuren und machen einen auf. Ich habe alles im Griff und wir sind hier alle perfekt. Und die Wahrheit ist, nein, wir alle machen Fehler. Und auch ein schicker Anzug, auch ein schickes Kostüm kann dich nicht daran hindern. Und deswegen, wenn du dich schon verkleidest und dir ein Business-Outfit anziehst, dann agiere doch wenigstens menschlich und nicht wie ein perfekter Roboter. Noch eine Floskel, die ich öfter schon mal gesehen habe. Die habe ich in der Vergangenheit öfter mal bekommen, wenn bei einem Konzern, mit dem ich zusammenarbeite, irgendwas schief gegangen ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass da ein Fehler passiert ist. Und dann kommt nicht die Antwort, es tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht oder es tut mir leid, was ja noch besser wäre. Ich habe einen Fehler gemacht, also es auf sich zu beziehen und nicht die Verantwortung abzugeben. Sondern dann steht da drin, wir haben den Vorgang nochmals geprüft und freuen uns, ihn mitzuteilen und dann, was dann halt doch funktioniert. Und das ist vorgetäuscht, dass man vorher schon gewissenhaft gearbeitet hätte. Wir haben den Vorgang nochmals geprüft, nach dem Motto, wir haben ja schon intensiv ihren Vorgang geprüft und da ist uns nichts aufgefallen, was wir falsch gemacht haben. Und jetzt haben wir nochmal geprüft. So als wäre es eine Ehre, dass der andere sich nochmal hinsetzt. Und auch hier wieder die Wahrheit wäre, stimmt, wir haben was übersehen. Sorry, jetzt haben wir es richtig gemacht. Das wäre menschlich und ehrlich. Und die letzte Floskel, die mir eingefallen ist, die ich immer wieder höre oder lese, sie bekommen die Info ASAP. ASAP, falls du nicht weißt, wofür es steht, as soon as possible, also sobald wie möglich. Und sie bekommen die Info ASAP, ist eine Null-Info. Was heißt denn sobald wie möglich? Heißt das in der nächsten halben Stunde? Heißt das, wenn ich all den anderen Kram gemacht habe, also nächstes Jahr? Ja, was bedeutet das? Es täuscht vor, dass man ganz schnell deinen Fall bearbeitet, aber es sagt eigentlich nichts aus. Und oft ist es so, wenn jemand schreibt, sie bekommen die Info ASAP, das damit eigentlich gemeint ist. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich um deinen Kram zu kümmern. Stell dich mal hinten an. Ja, und das ist einfach nicht ehrlich, dann zu schreiben, sie bekommen die Info ASAP. ASAP, also wenn du eine Zeitangabe machst, dann schreib bitte nicht ASAP, weil das sagt gar nichts. Das heuchelt vor, dass man total schnell reagiert. Überleg doch, wann kannst du es sicher liefern und mach es verbindlich. Du kriegst die Info morgen, du kriegst die nächste Woche oder nächstes Jahr, aber sei konkret. Das ist ehrlich. Ich bin neugierig, welche Floskeln dir immer wieder begegnen, die du vielleicht auch selber benutzt, ohne dir bewusst zu sein, dass es nur eine Floskel ist, dass es ein Schöngerede ist, dass es was total Distanziertes ist und es nicht menschelt. Was sind die Business-Floskeln, die dir immer wieder über den Weg laufen und über die du dich vielleicht auch ärgerst? Und wie könnte man es anders, menschlicher ausdrücken? Schreib mir gerne in den Kommentaren, schreib mir in der Mail oder bei Facebook oder bei LinkedIn, Instagram, Xing, wo auch immer du mich findest. Ich bin gespannt, was so deine Erfahrungen sind. Und mir fällt gerade noch eine Floskel ein, die eigentlich lieb gemeint ist, aber den Zweck nicht erfüllt. Ich habe schon mal drüber geredet, es wird dir vielleicht bekannt vorkommen. Und das ist die Floskel bei einem Bewerbungsgespräch oder wenn ein Kunde kommt, als Begrüßung zu sagen, haben sie gut hergefunden? Das ist so gemeint, dass man Smalltalk machen will, dass man eine gute Beziehung aufbauen will. Aber die Frage, haben sie gut hergefunden, ist nicht spontan, das ist das eine in dem Moment, sondern es ist eine Floskel. Und zweitens ist das eine blöde Frage, um ein echtes Gespräch hinzukriegen. Was soll der andere sagen? Erstens ist es eine geschlossene Frage, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann. Also ist das Gespräch auch sofort wieder zu Ende nach Beantwortung dieser Frage. Und wenn er ausführlich antwortet, was soll er sagen? Ja, ich habe gut hergefunden, weil sie so eine großartige Wegbeschreibung haben. Oder soll ich sagen, nee, das war total schwer zu finden. Also ihre Wegbeschreibung ist wirklich Grütze. Ist übrigens einem meiner Kunden mal passiert. Also wenn du ernsthaft eine Beziehung aufbauen willst zu einem Menschen, den du gerade kennenlernst im Business-Kontext, dann frag doch bitte nicht, haben sie gut hergefunden. Sondern frag, wie geht's? Wie war ihr Tag bisher? Oder kommentiere etwas, was dir am Äußeren auffällt. Wenn derjenige schöne Schuhe anhat, dann sag doch, boah, ihre Schuhe gefallen mir. Wo haben sie die denn her? Natürlich nur, wenn die Schuhe dir wirklich gefallen. Also such doch lieber etwas in dem Moment, was dich wirklich an dem anderen interessiert und frage das oder sage das, anstatt die Floskel haben sie gut hergefunden zu benutzen. Beide Seiten wissen, es ist nur eine Floskel und trotzdem wird dieses Spiel immer weiter gemacht als auch da. Überlege mal, wie kannst du diese und auch andere Floskeln durch eine echte Kommunikation ersetzen. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie doch gerne an Kollegen oder dein Chef, wenn die auch gerne mal die ein oder andere Floskel benutzen. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Nachricht, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.